Willi Haaren, bei der Hände noch im Kopf, muss er vorstellen, Achim Petry trägt aus meiner Kollektion, verstehst du, da musste ich erstmal eine Nacht drüber feiern, zum Fußball aber immer. Zum Fußball, echt? Ja, ja klar, zum Schweren Petry. Ja, wenn wir, guck mal, wir haben ja heute Sonntag und wir haben am Wochenende Auftritte, Sonntag ist eigentlich unser Ruhetag, deswegen, hören wir uns immer so. Mach da morgen Ruhetag, mach da morgen Ruhetag, nachher, Dienstag, Dienstag Ruhetag. So Willi Haaren, schauen Sie sich mal das Gesicht an, schauen Sie sich doch mal das Gesicht an, gucken Sie sich doch mal das Gesicht an, das kennen wir doch schon von irgendwo her, natürlich war der mal Schauspieler, ist ja klar, warum machst du das nicht mehr? Ja, warum machst du nicht mehr? Ich mach das immer noch, der war schlecht vorbereitet, nicht wahr? Nein. Und da beim MDR, ich spiele seit 28 Jahren regelmäßig in der Lindenstraße. Immer noch? Ja, immer noch. Gut vorbereitet, oder? Gut, dass du das, was du schippen hast, ist doch gut, dass du was... Schneiden wir raus, schneiden wir raus. Mach mal nochmal, Willi Haaren, Sie kennen ihn als Schauspieler, er spielt nach wie vor 28 Jahre in der Lindenstraße, stellen Sie sich das mal vor, wie jung der aussieht, also ich habe gesagt, Sie haben abgenommen, Herrin, warum das? Warum? Ja, weil ich mich unwohl gefühlt habe und einfach wollte, ich wollte einfach was für die Gunther tun. Ich bin jetzt Ü40 und ja, da habe ich dann, irgendwann hat es dann im Kopf ein Clip gemacht, mich aufgeschaut und bin gelaufen, wie Forrest Gump, immer weiter gelaufen. Also laufen, also richtig Sport. Also ich boxe dreimal die Woche, ich laufe jeden Tag, also ich verbringe momentan seit den letzten elf Monaten jeden Tag minimum zwei Stunden im Fitnessstudio. Und das hat aber so geholfen, dass er wirklich viele Kilos abgenommen hat, aber wir freuen uns, dass es dir gut geht. Es hieß ja mal, es geht dir nicht so gut, dann ging es dir wieder besser und jetzt geht es dir aber ganz gut. Nö, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Sag uns, was gibt es Neues von dir? Der Mann hinter dem Bauch ist meine aktuelle Single und ich habe jetzt eine T-Shirt-Kollektion rausgebracht, die heißt Du, ich, Herrlich, wenn man ein bisschen Werbung macht. Die läuft super, toll, 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 danke an euch alle da drauf. Ihr bist unterwegs, in Deutschland auch und in Deutschland, Österreich, Schweiz, Kroatien, Türkei, Bulgarien. Das kann kein Schauspieler verdienen, was der als Sänger jetzt verdient. Nein, ich verdiene nichts, ich mache das nur aus Lust und Liebe. Ich liebe und liebe das. Also gibt es eine CD von dir irgendwas, kriegt man was? Ja, der Mann hinter dem Bauch, hör mir doch zu, Mensch. Der Mann hinter dem Bauch, meine aktuelle Scheibe. Der Mann hinter dem Bauch, schauen Sie ins Internet. Und er geht auf meine Facebook-Seite, Willi Herren Fan-Seite. Wir sind stolz, dass es Ihnen gut geht, er sieht gut aus. Willi Herren, Dankeschön. Macht es gut, schwingt den Hut, komm wieder auf der Matrice-Kinderlager. Tschüss, tschau und auf Wiedersehen.